Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Allerbeste Weg, sich schnell zu unterhalten und das Letzte heißt Carabag überhaupt kein Mathe Aber es sind keine echten Worte Es sind Symbole, ein paar zusammen ergeben eine völlig neue Bedeutung, wie ein geheimer Code Oh, verstehe, danke Barbara Kein Problem, ciao Hey Diana, was guckst du da an? Barbara kommuniziert in Emojis Aus dieser super effizienten Art der Kommunikation kann ich folgern, dass sie in dem neuen Bio-Restaurant ist Oh mein Gott, sie wird eine Veganerin Viel gesünder, als den ganzen Tag Burritos zu essen Dann hat sie die Broschüren gelesen, die ich ihr gegeben habe Ich dachte, Veganer wären von einem anderen Planeten So viel Glück hatte ich nicht mit den anderen Green Lanterns Trauriges Gesicht? Vielleicht ist das Restaurant nicht so gut Oh, die Ratten sind wieder in der Küche unterwegs Krankes Gemüse? Sie hat was Schlechtes gegessen Tödliche Pflanze? Ich hab Reisen! Die nutzen Glutamat? Blähungen? Ekelhaft! Ich bin mir sicher, Barbara genießt ihr Gemüse heute nicht Sie wird sich echt freuen, dass ich ihre Emojis lese Poison! Ivy! Poison! Chemiliane! Wütende Pflanze? Giftig Poison Ivy! Bank, Pistole, Geldsack, Sanduhr, böser Grinse-Smiley? Ach, verdammt, Harley! Warum kannst du nicht wie normale Leute schreiben? ividn Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind bestimmt mehr fürridENE 6atos few? Mehranden, was viele Töne Arten die Untertitelung des ZDF für funk, 2017